Musik Yo Leute, ich bin Adi, Luca ist auch wieder am Start Und wir haben unsere letzte Folge von Community Universe in Videoform, kann man sagen Ich weiß, das hat ja ein bisschen kontrovers auch teilweise in den Kommentaren ausgelöst, sage ich mal Ihr habt nicht alle darauf Bock und ihr könnt es auch, oder nicht alle, aber einige von euch hätten es gerne weiter gemacht Was ich sehr gut verstehen kann und was ich auch in allen Ehren halte Aber ja, ich habe auch lange versprochen, das Modding Universe wieder zurückzubringen Und außerdem finde ich es persönlich einfach viel logischer, das Community Universe im Stream zu machen Klar gibt es dann die Situation, dass einige im Stream nicht dabei sein können oder Streams nicht mögen oder whatever Kann ich alles verstehen, aber ich finde ein Community Universe macht am meisten Sinn in der direkten Interaktion Das hier war sehr, sehr nice, aber ja, wir werden jetzt erstmal unseren letzten Pay-Per-View und Videoform angehen Und dann geht es ja auch im Livestream weiter auf jeden Fall Und die heilige Schildkröte hat beschlossen, es gibt jetzt ein Six-Man-Tacti-Match Und das Ganze, wie wir gestern schon angekündigt haben, ist Interpromotional Also Artiverse gegen Nightwrestling Und das Ganze mit dem Yee-T-Shirt Ja, nach Funfact am Rande, ich habe auch gerade auch ein Yee-T-Shirt an Oh, Unehre an der Stelle Ne, ne, geht Für diejenigen, die es noch nicht auf dem Schirm haben Wir sind ja auch, zumindest im Real Life, gut auf dem Weg zum ersten freaking Pay-Per-View in Deutschland ever Zum Bash in Berlin Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf Wir müssen uns schön überzeugen, dass die öfters mal hierher kommen Ja, genau, auf jeden Fall Ich habe gesehen, also viele Tickets gibt es jetzt nicht mehr Es gibt irgendwie noch anderthalb Tausend oder so von 13 Also es ist schon fast ausverkauft Mal schauen, wie das hier bei der heutigen Show bei uns laufen wird So, der Tag-Team-Partner von Mighty Mike Der hier heute ausnahmsweise mal ohne Maske antritt Ich bin ehrlich, ein bisschen traurig, dass ich kein Ticket für Bäschen in Berlin habe Ja, glaube ich dir Wäre ich auch Ich bin halt auch fünf Stunden oder so nach Berlin Also dafür What the fuck? Wie der zum Ring stolziert Und der verarscht jetzt sogar Batman Was zur Hölle ist mit La Locura los? Das ist... Ist das La Locura? Ja, stand grad da Hat er diese Zähne Digga, das ist ja schlimmer als Stefan Raab Okay, also die heilige Schildkröte hat uns einige Überraschungen gegeben Und eine davon ist La Locura Der jetzt hier als fast böser Batman rumläuft Ja, eine Überraschung ist ja auch noch Dass ich meinen einen schönen Tag-Team-Titel hier mit auf dem Tisch stehen und da haben darf Ach ja Ähm What? Was? Suzuki? Er ist hier, Mr. Money in the Bank Mr. Money in the Bank Oder Mr. Ali in the Bank Wie auch immer man will Suzuki ist hier Und man darf nicht vergessen, der Mann kann immer ein-cashen, wenn er will Also wir haben heute Abend ja das Triple Threat World Title Match Ja, also rein theoretisch könnte er später noch dazukommen Und dann wird es ein 4 gegen... Ja, 4-Warrior-Match, ja genau Und ich meine, ich darf nur erinnern Die heilige Schildkröte hat uns schon einige Überraschungen gebracht Und ich meine Seth Rollins und Damien Priest haben es ja auch beide schon vorgemacht Die haben auch beide beim Hauptevent ihrer Company eingecashed Und wer weiß, vielleicht passiert das heute Abend ja auch mit Suzuki Der ja irgendwie gegen seinen Vater so geturnt ist Also das ist das starke Ali-Wurst-Team Jetzt kommt das Nightwrestling-Team Die ich tatsächlich nicht selber gebuckt habe Nur kurz, nochmal Äh, wie fern ich selber gebuckt hast Was soll das denn heißen? Versuchst du dich jetzt rauszureden oder was? Ne, ne, ich hab da tatsächlich nichts mit zu tun Das war mein Assistent Ah, okay El Baba Ja, sch- Jo Und El Baba hat erfolgreich wieder dafür gesorgt, nichts zu sehen? El Baba, der war ja schon mal Underground Champion Wenn ich mich gerade richtig erinnere Bin ich sogar der Erste Auf jeden Fall eine ganz gute Wahl So, Mitglied Nummer 2 des Teams von Nightwrestling El Baba wartet da schon Ich find's immer faszinierend, dass die da alle nebeneinander stehen können Und sich nicht prügeln oder so Weil wenn ich meine Gegner da so nah bei mir stehen haben würde Und warten müsste, bis, äh, die nächsten Gegner reinkommen Da würde ich mir denken Ja, jetzt, äh, lieber jetzt angreifen Und den Überfallsmoment sozusagen haben, ne? Und sich einen Vorteil Das wäre eigentlich schlauer, ja Also, wir sehen die heilige Tür Der heiligen Schildkröte Aber nein, es wird wahrscheinlich keine Schildkröte rauskommen Wer weiß Vielleicht kommt ja doch eine Schildkröte Oh Gott I like Turtles Ja, du auch? Ich auch Tür geht auf Tür geht auf Und, äh, wir erwarten einen militanten, dreigesichtigen Mönch, der rauskommt Zumindest war er mal ein Mönch Mittlerweile sind seine Haare ein bisschen gewachsen Und, äh, die Mönchskutte trägt er auch schon länger nicht mehr Aber dieses Schicksal verfolgt einen ja länger, als man, ja, gerne zugeben will Also, dann, ist offiziell Vince ist Nummer zwei Im Six-Man Tag Team Mad Okay Last But not least Der letzte Teilnehmer in unserem Six-Man Interpromotional Tag Team Contest Oh Gott Es ist reitend, Bro Oh no Okay, das ist eine sehr starke Wahl Und der wird hier Das Match On Fire setzen Oh Gott Und los geht jetzt hier das Match Mighty Mike Ja, äh, es könnte sein, unter Umständen, dass wir eventuell nicht dieses ganze komplette Match hier sehen Das kommt auch ein bisschen drauf an, wie lange das Ganze hier dauert Ihr könnt euch sicherlich denken Es ist Night 2 Wir haben noch einige Matches hier Auf der Card für euch Direkt der Kader Von Mighty Mike Gegen El Baba Ja, Mighty Mike Setzt hier auf jeden Fall schon mal Die ersten Angriffe für Team Adiverse Habe ich das da gerade richtig gesehen? El Baba kämpft mit Sonnenbrille Ja So wie immer Und Vince ist am Start mit seinem Cyborg Arm Wobei ich mir gar nicht sicher bin Ist das ein Tattoo? Ist das ein Cyborg Arm? Ich bin mir nicht ganz sicher Sieht der aus wie ein Tattoo irgendwie Oh Gott Das sah fast nach Daniel Bryan aus Irgendwie schon, ja Oder wie er mittlerweile heißt Oh Oh, okay Ragnar Brock nutzt da die Möglichkeit Und greift erstmal illegal Oh Gott Wie kriegt er den hoch? Boah Oh Gott In einem Spine Buffster oder was auch immer das hier gerade war Auf jeden Fall war es hart Und jetzt kommt das Ja, der X-Factor in diesem Match sozusagen La Locura Oh Gott Ja, ich sag's ja Oh mein Gott Der nimmt erstmal das ganze Team Night Wrestling komplett auseinander Hotshot Auf dem Seil Oh, da kommt Was? Der hat einen Stuhl Ist das überhaupt legal in dem Match? Ich denke ja, weniger Oh Okay Warte mal Hallo, Razz Razz, sag was Hier scheint's keine Disqualifications zu geben Und La Locura nutzt das direkt komplett aus Aber davon weiß ich gar nichts Ich hab gedacht Das wäre ein ganz normales 3 gegen 3 Match Überraschung auf jeden Fall auf Seiten von Team Night Wrestling Ähm Das Ding ist bloß Es war ja Vince, der zuerst den Stuhl raus Oh nein Nein, nein, nein Oh Gott Auf den Stuhl Der wird heute nicht mehr ein Cache, glaube ich Oh my freaking God Suzuki wird hier direkt erstmal hart drangenommen Ja genau Setzt den Mann in den Sleeper Sehr gut Gute Strategie von Suzuki Und ist das Match hier mit Elimination Oder wenn einer verliert, verliert das ganze Team Ne, das ist komplett Wenn einer verliert, verlieren alle One Fall Zumindest hab ich's mir so aufgeschrieben Aber ich hab mir auch nicht aufgeschrieben Das ganze hier nur Disqualification ist Also wer weiß Ja Überraschung und Überraschung hier Die heilige Schildkröte Gibt und gibt und gibt Warte mal Oh 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 brain Oh Aber was Und er wartet nur auf Ladekuchen Und der Oh Gott, okay Dreht ihm mit Absicht den Rücken zu Aber weicht dann aus Also Elbaba hier nach Arroganz kaum noch zu überbieten Oh Gott Schöner European Apocat Da aus dem Seil Und Magnabroth rein Aber Größe Ist nicht alles Ich sag's dir Hält auch den Stuhl drauf Mit dem Rücken Ah Lalukuda Übernimmt sich jetzt ein bisschen Hat sich jetzt komplett ins Territorium des Feindes begeben Und zahlt den Preis Aber auf die Beine zu gehen Ist natürlich schlau von ihm Ja Schöner Dragonscrew Weil Öh Öh Oh Oh Gott In die Fresse Ja Normalmatch wäre das jetzt nicht erlaubt gewesen Ja gut Suzuki Schöner Springboard Moonsault da Vom zweiten Seil Hat jetzt hier wieder den Stuhl parat Aber klasse Intuition Von Elbaba Aber Vince Ist jetzt derjenige Der den Preis zahlt Elbaba wehrt sich aber Schöner Vorarm Also ich bin auf jeden Fall Ja begeistert von meinem Team Die schlagen sich auf jeden Fall sehr gut Haben das Ganze gut im Griff Ja Ja mit ein paar unfairen Attacken Kann ich das auch Meini Mike wird ja irritiert von seinem Tag Partner Kann aber ausweichen Ragnar Brock geht ins Seil Kommt zurück Duckt sich drunter durch Nochmal schöner Leapfrog Und drüber Schöner Claymore Oh nein Was hat er jetzt vor Der AKO soll kommen Der Kommt aber nicht Oh no Oh Gott Ragnar Brock ist einfach viel zu viel Kick to the garden Nein Die beiden gehen Konter für Konter hier Und jetzt kommt Elbaba wieder rein Oh Wollte hier mit einem Tornado Kick Oder was auch immer Was da werden sollte kommen Aber Matty Mike Schafft es Zu Kontern Schöner Springboard da Aus der Corner Geht jetzt Auf die Suche nach einer weiteren Waffe Hier in dem Match Hat jetzt da den Candlestick parat Elbaba Sieht es aber kommen Ja Aber tritt ein bisschen daneben Oh Oh Zwieher Zwiehertack hier gegen Elbaba Und Mach ich mein Cover Nicht Au Oh Gott Ganz knapp vor den Stuhl Ja Also Elbaba Ist hier auf jeden Fall angeschlagen Mighty Mike Versucht jetzt hier Den Vorteil zu nutzen Den Team Aliverse hat Aber Elbaba Schafft sich wieder zu Komponieren Snappt sich die Kontrolle Und Kommt jetzt hier mit Oh Okay Einen Corkscrew Senden da In der Corner Ja Mighty Mike Sieht ja auch angeschlagen aus Oh Oh My God Mr Money in the Bank Suzuki Will nicht aus dem Weg gehen Also Wenn das so weiter geht Dann glaub ich nicht Dass der heut noch ein Cashed Alter nicht mehr. Ich glaube, der Favorit ist eher Suzuki. Der Mr. Ali in der Bank. Meidimike versucht da draußen wieder seinen Composure zurückzukriegen. Im Ring greift Elbaba jetzt wieder. Irgendwas hat Elbaba gegen Suzuki. Guck dir das an. Ich glaube, die können sich alle nicht ausstehen. Meidimike kommt jetzt wieder zurück. Oh oh. Feast your eyes. Gute Nacht. Und Meidimike wütet. Siehst du das? Ja, ja, ja. Einer dieser Schläge oder Dritte hatte auf jeden Fall eine ordentliche Platzwunde an der Stirn verursacht. Aber Meidimike ist noch am Kämpfen. Aber die Überzahlsituation ist einfach zu viel. Kleine Misskommunikation da. Und jetzt gibt es diese Stuhlschläge auf den Kopf. Alter, guck dir diesen Stuhl an. Oh Gott. Okay, oh, außerhalb des Regens. Elbaba fliegt daneben. What the frickin' hell am I watching? Unglaublich. Oh, die rechte Hand wird wieder gekontert. Meidimike muss einfach den Tag suchen. Und jetzt ist die Rechnung da. Der Preis wird bezahlt. Elbaba versucht jetzt, maximales Kapital zu schlagen. Hat den Gegner jetzt in seiner Corner. Schöne Tag-Aktion. Und ich glaube, ich weiß, was jetzt kommen soll. Oh Gott. Auf den Stuhl drauf. Big Bag Body Drop. Nochmal der DDT. Und der militante Mönch will jetzt hier das Ende breiten. Ich glaube, Vince war auch noch gar nicht so wirklich im Match. Hat jetzt hier den Vorteil. Kann jetzt hier sein Creepy Walk auspacken. Also Vince ist auf jeden Fall noch einer der Fitteren hier. Was hat der vor? Oh nein. Oh nein. Nicht. Oh my freaking God. Und Tag direkt mit Ragnar Brock. Der jetzt hier vielleicht auch noch mal nachsitzen kann. Vince hat seinen Job getan. Legjob hinterher. Geht aber nicht fürs Cover. Aber ich glaube, jetzt spätestens wird Mighty Mike sich verabschieden. Dominator. Nochmal ein Kick ins Gesicht. Und alles geht auf den Stuhl. Alle Attacken gehen auf den Stuhl. Und wieder der Tag zu Vince. Wann ist genug genug? Mighty Wrestling kriegt nicht genug. Fischermans Carry Suplex. Und jetzt Vince am Start hier das Tempo ein bisschen runterzufahren. Ja, schlau natürlich gegen Mighty Mike. Aber guck mal. Apropos schlau. Mighty Mike rollt sich da aus dem Ring. Oh Gott. Um den Pin zu verhindern gegen ihn. Aber Ragnar Brock geht jetzt hinterher. Oh. Und holt die Ringtreppe jetzt. Nimmt jetzt hier einfach nur die Ringside Area auseinander. Aus Prinzip. Oh. Oh Gott. Auf den Betonboden. Zahlt den Preis. Aber er steht sofort wieder auf. Mighty Mike lernt es aber auch nicht. Mighty Mike, du musst taggen. Holst Suzuki in den Ring. Stattdessen legt er sich hier im Alleingang mit dem kompletten Team Night Wrestling. Oh. Oh. Oh Gott. Auf den Betonboden. Sunset Flip Powerbomb. Unglaublich schöne Ausführung da. Aber jetzt ist Suzuki auch wieder im Ring. Aber unfreiwillig. Schöner Neckbreaker. Warum taggt er nicht? Ladecura steht da hinten. Warum taggt er nicht? Oh Gott. Weil er geflogen kommt. Einfach über die Toprope gesegelt. Geht jetzt hinterher. Hat jetzt den Wikinger in Big Big Dudu. Und eine Art Haltegriff hier. Der Wikinger ist schon wieder raus. Ragnar Brock. Oh. Aua. Rennt da. Mighty Mike ist da glaube ich am Bluten, wenn ich das richtig sehe. Das sieht gar nicht so gut aus. Mighty Mike. Der hat so viel schon abbekommen. Suzuki muss sich dann acht nehmen, dass er nicht auch noch mehr auf die Fresse kriegt von Ragnar Brock. Der das natürlich jetzt prompt machen will. Was denn Hip Toss? Und ein Knee Strike hinterher. Suzuki ist endgültig auch. Oh. Und das war der Schlag in den Bauch. In den Magen von Ragnar Brock. Den schon seiner... Von dem schon der Bart bisschen rumfliegt da. Vor Schmerzen. Aber jetzt ist Ragnar Brock wieder da. Rüft jetzt mal die Mike in die Ecke. Und jetzt gibt's die Tag Team-Aktion wieder mit El-Barber. Oh Gott. Also ich würde sagen, Mighty Mike ist hier auf jeden Fall nicht mehr in der Lage aus einem Pin auszukicken. So viel steht fest. Guck mal da links. Außer des Rings. Oh. Vince hat da den Kendo-Stick, aber Suzuki rennt schnell wieder in seine eigene Corner, während El-Barber da nur am Jubeln ist. Oh Gott. Die saß auf den Kick. Äh, was? Oh. Was? Mighty Mike kommt wieder zurück. Den Superkick. Und hat einen Basebeschläger. Und... Und El-Barber hat's nicht gesehen. Alter. Ich verstehe nicht, warum Mighty Mike nicht mal langsam den Tag sucht. Ja, endlich! Und jetzt ist Suzuki da. Und El-Barber hat's noch gar nicht richtig mitbekommen, oder? Doch, er hat's mitbekommen. Und es gibt den DDT! Oh oh. Oh oh. Oh, Shining Wizards! Suzuki muss irgendwie diese Spinnenweben in seinem Gehirn loswerden, die er gerade wahrscheinlich hat. John Suflex. Und ich... Oh Gott. Und jetzt ist Ragnar Brock wieder da. Und... Oh no. Der legt doch direkt los. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh oh. Oh oh. Oh Gott. Bin mir nicht sicher, was Team Aliverse gegen Ragnar Brock tun soll. Dominator Alligator. Es gab noch kein einziges Kaffer, wenn ich richtig gesehen hab, oder? Ja, stimmt. Okay, das waren die Eindrücke von diesem Match. Leider war das Match natürlich wieder verbuggt und Pin und Aufgabe und alles waren aus. Warum zur Hölle auch immer. Fragt den Universe, nicht mich. Wir müssen das Ende dieses Matches simulieren. Also machen wir das. Zufall. Wer ist der Sieger in diesem Match? Ja! Es ist Team Aliverse. Sehr gut. Ohne Simulation hätten wir das gewonnen. Ohne Simulation hätte das niemand gewonnen, weil Pin und Aufgabe aus waren. Warum zur Hölle auch immer. Match Nummer 2 der Match Takeover Heilige Schildkröte. Also nach 2. So rum. Genau. Es geht um die IC Championship. Und da haben wir jemanden, der zugegebenermaßen erst in der letzten Weekly Show seine Chance auf die IC Championship bekommen hat, nämlich Julian Karellis. Aber das war in einem Triple Threat Match und er hat mich argumentativ überzeugt. Er kriegt noch eine Chance in einem One-on-One-Match gegen den Champion, gegen den dominanten Champion, den fast dominantesten Intercontinental Champion im Ali-Verse-Ever Rico Light. Mal schauen, wie das für ihn läuft. Kommt der Champion? Der Doppel-Champion. Immer noch. Der Doppel-Champion stimmt. Ausfall-Champion ist er auch. Ja, wobei das halt auch daran liegt, dass ja jetzt leider schon seit Längerem kein Stream mehr kam. Das wird sich dann in der Woche vor Bersche in Berlin dann ändern und dann werden wir auch endlich mal wieder einen Challenger für die House-Show-Championship von Rico Light haben. Aber so lange ist der Mann einfach unaufhaltbar einfach absolut crazy, wie der seit seinem Debüt hier durch die Reihen gerannt ist und beweist, dass er hier die Nummer 1 in der Mid-Card ist auf jeden Fall. Das ist schon echt krass und ich bin mir nicht sicher, ob Julian Karellis das heute Abend ändern kann und ihn aufhalten kann. Also dann, die heilige Schildkröte erwartet ihre Opfer und einer von diesen beiden wird hier leider eins werden und das Match verlieren, aber jetzt müssen wir erst mal gucken, inwieweit das Ganze hier vonstatten geht und ich sag mal so, Rico Light hat seinen Ruf nicht umsonst. Fängt direkt hier an, Julian Karellis durch die Gegend einfach zu suplexen. Ja, Rico Light, eine Maschine. zwei Championship-Titel, House Show und Intercontinental. Erinnert mich ein bisschen an Brock Lesnar gerade, so wie der gegen Julian Karellis hier gerade vorgeht. Ja, viele suplexe, auf jeden Fall. Geht auf jeden Fall direkt erst mal für den Cover, ist aber nicht mal eine 1. Ja, immer so früh Covern, ja, lohnt sich eigentlich jetzt nicht unbedingt. Das Ding ist, Julian Karellis hat hier bis jetzt, glaube ich, noch keine einzige Aktion gelandet. Jetzt kommen mal die ersten Schläge von ihm, aber sieht nicht so gut aus. Schöner European Upacut. Ruhet da den Champion von den Beinen, setzt nach, schöne Kombination. Also, naja, ich sag mal so, ich versuch's ja immer neutral zu sehen, in der Mitte zu callen und alles Weitere, aber ich verstehe auf jeden Fall oder ich würde Kritik verstehen, dass die Championship Opportunity beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass Julian Karellis hier den Titel holt, ziemlich gering ist. Er ist auf jeden Fall der ganz klare Underdog hier. Würde mich extrem überraschen, wenn Julian Karellis hier den Sieg einfahren könnte. Sonst versuch ich das natürlich Oh! Toprope Moonsault. Oh, what the hell? Oh my God! Was in Lariat! Also, die Athletik von beiden ist einfach wirklich jenseits der Skala! der Grabe der Champion am Boden ist schlau, aber auch jetzt geht der Champion schon wieder. Ah, nächstes Cover, one, nein. Also, Julian Karellis leistet ja auf jeden Fall entschlossenen Widerstand, immer noch. Ja, wenn ich mich recht erinnere, war es letztes Mal auch gar nicht so kurz davor, Rico Light seinen Titel verloren hat, oder? Ja, es war auf jeden Fall schon relativ knapp. Da hast du recht! Was? Auf dem Betonboden! Der ist Knockout. Der hat seinen Titel verloren, 100% ist. Oh, schön ausgewichen. Also, Rico Light beweist oder bestraft dich hier eines Besseren, sage ich mal. Six Count ist jetzt wieder im Ring. Der gute Julian Karellis schon in East Strike. Jetzt gibt es gerade ein kleines Hin und Her irgendwie. Oh, Knockout Punch! Alter, das ist halt das Ding. Dieser Knockout Punch out of nowhere pretty much. Oh, 2-2. Julian Karellis kann nochmal drinbleiben, aber das halt ist krasse. Die Physis, die er hat und gleichzeitig dann auch so eine Athletik da, den Moonsault vom Bottom Rope hinzukriegen, vom untersten Seil. Nicolait nimmt da jetzt Anlauf. Schöner Shoulder Tackle durchs Seil und geht wieder auf die Top Rope. Zeigt da in die erste Reihe. Frauen und Kinder schauen zu! und da sollte der Shining Wizard kommen. Schöner Trip davon Julian Karellis. Nasty Elbow. Wir sind bei 6. Julian Karellis sollte gucken, seinen Gegner wieder in den Ring zurückzukriegen. Lässt sich da jetzt noch ein bisschen Zeit. Oh my God! Oh, da soll was kommen. Was kommt da jetzt? Oh, noch ein Shining Wizard, aber der geht auch ins Leere. Oh no! Und so einfach kann's gehen. Knockout Punch to What? Ich war mir What? Okay. Also, was macht denn da jetzt? Schöner Moonsault auf jeden Fall. Leider nur ins komplett Leere. Also, es kommt mir fast so ein bisschen so vor, als wo Rekulite seinen Gegner fast schon nicht mehr so richtig ernst nimmt hier. Schöner Bottle Rob Moonsault jetzt von Julian Corrales für die eins, für die zwei. Uiuiui. Nimmt jetzt Anlauf da. Oh my God! Die Athletik! Spinning Heelkick konnte nicht gesetzt werden. Geht weiter munter hin und her. Oh Gott! Und wieder ein Punch. Und ich glaube, das war's jetzt. Two, three. Bleib Champion. Bleib Doppel Champion. Ja. Also, ich meine, zu allen Ehren von Julian Corrales muss man sagen, er hat hier einen motoren Kampf geliefert. Ging schon hin und her, aber die entscheidenden Aktionen konnte Julian Corrales einfach nicht setzen. Konnte Rekulite auf jeden Fall nie genug unter Druck setzen, dass der wirklich in Gefahr aussah, in deutlicher Gefahr aussah, seinen Titel hier zu verlieren. Also, Credits auf jeden Fall an Rekulite sehr, sehr stark. Und jetzt haben wir hier ein Tag-Team-Match. Talib and she und Justin Cush gegen The Nightmare Damien und Bernard Zack Barnett. Das hat einfach den Grund, weil Adrian Punk und ich sind Tag-Team Champions, wir hatten letzte Nacht das Match und da das Problem mit Soul habe und quasi ich jetzt ja auch mit bei Adrian Punk in der Gruppierung mit drin bin, schicke ich jetzt einfach mal die Handlanger oder wie ich sie nennen soll auf Soul Sandel Leute los und das werden wir hier simulieren und ja das haben meine Männer natürlich super gemacht wir haben gewonnen hab ich auch nichts anderes gemacht weißt du bei Soul kann man sich halt auch auf nichts verlassen genau ihr habt richtig gehört Mike Rome hat es schon gesagt Women's Championship Match Kaiwa gegen Betty McCarthy um die Women's Championship und das ganze wird in Hell in Hell stattfinden also ein bisschen crazy und die Kaiwa die hat sich ja bei der letzten Folge von Adi Versity Championship Opportunity verdient hat ein Fatal 4 Way Match gewonnen und represented auch Schulgang Wrestling hier wo wir jetzt hier probieren die Trophäe gegen die ziemlich dominante Betty McCarthy die die erste Champion Protesters entthront hat ja hier ihr Statement zu setzen also erwarten wir die ja so ein bisschen gestörte Betty McCarthy würde ich was behaupten die ja auch gerne mal von den Polizisten zum Ring begleitet wird das passiert heute nicht also dann let's go und für dieses Match hier würde ich vielleicht sogar dafür sorgen dass wir eine andere Kamera kriegen einfach nur damit wir ein bisschen besser das Match beobachten können vielleicht so hier alter die Kick Kombination von Betty hat jetzt hier irgendwelche oh my Headbutts einfach ja die Art der Offensive sehr unkonventionell von Betty McCarthy die jetzt hier ihre Gegnerin aus dem Ring befördert und es ist nicht viel Platz hier zwischen dem Ring und der Zelle aber ich habe selber schon am eigenen Leib erfahren wie brutal dieses Match hier ist wie sehr das auf die Knochen geht wie sehr die diese Ketten und diese Stahlkonstruktion deine Haut in Mitleidenschaft reißt es ist wirklich sehr schmerzhaft geht geht jetzt hier weiter in die Ringtreppe rein und ich finde in dem Match hier ist es ähnlich wie in unserem vorigen Match ich bin schon der Meinung dass wir hier eine klare Favoritin haben und das ist natürlich die Champion ist die ja auch was ihre Brutalität anbelangt wie gemacht ist zu solchen Match greift jetzt hier direkt mal unter dem Ring und holt sich eine Mülltonne raus alles klar schöner Backbreaker Lariat hinterher geht fürs erste Cover in diese Match aber kein großes Problem vom Harlem Sidekick ins Cover aber ist auch nur eine Eins die rollt sich da aus dem Ring Kaiva ist da so ein bisschen am rumtaunten also scheint sich der Ernsthaftigkeit dieses Matches noch nicht so ganz bewusst zu sein hat aber allerdings auch schon irgendwie genug Stahl geschmeckt aber scheint hier ihren Spirit nicht gebrochen bekommen zu haben Alter aus gewichen oh da fliegt sie fast durch den Ring oh hinterher geworfen mit der Mülltonne Fireman's Carry schöne Sit-Out Powerbomb fast ja keine Ahnung so die war auf jeden Fall eine Zeit lang schlecht in Form im Ring aber bis jetzt wieder da beide wie die Furien geht aber jetzt wieder raus ist schon da European Apricard wieder der Kampf in der Nähe der Steer Steps einfach rüber geworfen und wieder zurück also auf jeden Fall ein sehr methodisches langsames Tempo von Caiva wieder über die Ringtreppe geschmissen und man sieht es auch im Gesicht von Betty McCarthy also dieses Match zollt schon seinen Tribut es geht wieder zurück und die blaue Farbe der schottischen Kriegerin beginnt sich Stück für Stück immer weiter abzulösen und Stuhlgang Wrestling ist hier on top kann man nicht anders sagen Close Line schöner Konter Alter wieder in die gnadenlose erbarmungslose Zelle geschmissen und zurück in den Ring ja das ist halt das Ding ist halt entscheidend in diesem Match dass der Pinfall im Ring oder die Submission im Ring passieren muss es gibt hier keinen Fouls Count anywhere Betty begibt sich jetzt in Richtung Corner ich muss ganz kurz Backstage gehen da da ist gerade was was ich klären muss okay du musstest das Match vielleicht alleine machen okay alles klar schönes Cover da von Betty auf jeden Fall der Candlestick auch immer noch mit einem Ring parat aber wird nicht genutzt von Betty stattdessen geht es wieder raus in Richtung Konstruktion und dieser Stahl den wir hier haben das ist natürlich feinster Qualitätsstahl mitten aus dem Stahlwerk Spandau geht wieder über die Treppe Betty geht hinterher versucht jetzt hier den Eindruck den sie hinterlassen hat weiterhin aufrecht zu halten geht wieder über die Stahltreppe drüber und ja an irgendeinem Punkt muss man sich da natürlich fragen wie viel kann Kaiwa noch hier geben wirkt auf jeden Fall jetzt schon ziemlich angeschlagen von rechter Hand hinterher der Klassiker und nochmal und diesmal geht es durch die Stahlkonstruktion durch außerhalb des Rings befinden wir uns jetzt genau vor unseren Spandauer Fans hier und weiter geht es oh my god no Betty McCarthy macht sich auf den Weg auf die Zelle drauf und kann jetzt von oben sehen wie Kaiwa da einigermaßen bewusstlos liegt und die Spandauer schreien schon please don't jump please don't jump also bitte springt nicht ladies benehmt euch hier seht hier diese Kettenkonstruktion diese Befestigung an der Seite der Zelle jetzt gibt es hier den Schlagabtausch hin und her Chops Punches Slaps alles mögliche wird hier eingesetzt oh my god Betty McCarthy ist gerade ja 10 Meter in die Tiefe gefallen oh my god die Champion das hat ein riesen Problem und Kaiwa setzt jetzt hier nach sollte allerdings Betty McCarthy unbedingt in den Ring kriegen um ihr den Pinfall zu setzen aber nein stattdessen klettert die wieder hoch sag mal ist die Frau wahnsinnig und Betty McCarthy direkt wieder hinterher die beiden die wollen sich hier zerstören und zwar komplett oh my god oh Harry Carana auf die Zelle mit den Punches hinterher Sideheadlock hat sogar noch die Dreistigkeit da ja in den in den Kopfstand zu gehen ähm warte mal oh god nicht auf die Zelle mit dem Gesicht voran in den Spandauer Stahl ich werde wahnsinnig und es geht weiter Betty McCarthy zeigt hier keine Gnade setzt hier hier ihr Statement wieder der Sideheadlock wieder in den Handstand oder Kopfstand oder was auch immer und diese Ladies sind hier gerade dabei die Show zu stilen vom ganzen Pay-Per-View aber der Konter oh my god Somersault Unprettier auf die Stahlzelle ich ich verliere meine Stimme Elbowdrop hinterher nochmal diese beiden Ladies sind ja mehr Hardcore als viele der Männer in dieser Show lasst euch das gesagt haben absolut geisteskranker Scheiß den die beiden hier abziehen hat jetzt hier Gegnerin wieder in einer unheimlich verwundbaren Position was wird das werden oh my god der Submission Hold auf der Zelle aber Betty McCarthy kann sich wehren zieht ihrer Gegnerin die Beine weg und geht jetzt selber hier in die Nase in die Augen durch die Brille durch und wartet jetzt nur auf Kaiva ähm warte mal oh god Impaler DDT auf die Zelle drauf gibt noch ein Küsschen und ein Big Boot hinterher nochmal Betty McCarthy ist komplett gnadenlos rechte Hände all over the place und ich befürchte der Raph muss hier überlegen dieses Match abzubrechen weil es einfach immer weiter geht absolut geisteskranke Vorstellung von Betty die hier müssen wir uns erinnern schon von der Zelle geflogen ist und jetzt gibt es noch ein Speer hinterher Alter schon wieder gefährlich nah da am Ort des Geschehens und jetzt gibt es hier wieder den Schlagabtausch genau an der Kante kämpfen diese beiden Ladies um die höchste Trophäe im Women's Wrestling um die Aliverse Women's World Championship der Schlagabtausch die rechte Hand und jetzt ist es wieder Kaiwa der hier den Vorteil errungen hat ihre Herausforderin am Rende der Niederlage hat oh my god beide sind komplett K.O. Und dass wir hier nicht schon 16 Chance von This is Awesome hatten wundert mich extrem und Kaiwa geht nochmal für die Submission und Betty McCarthy tapped out sie gibt auf aber es zählt nicht weil es nicht Falls Gone Anywhere ist Kaiwa hätte ihr eigentlich verdient die Women's World Champion zu sein aber Betty McCarthy wird hier gerettet von den Regeln und jetzt macht Kaiwa einfach das Statement und macht es nochmal was zur Hölle ist in diese junge Frau gefahren und wieder der Tap Out Ich hab wirklich keine Ahnung mehr Betty geht da für einen Kick wird aber ausgekontert und die nächste Submission und die nächste Submission und der nächste Tap Out also Kaiwa kriegt die einen Tap Out nach dem anderen hin aber es bringt halt nichts es bringt hier gar nichts und Betty das Schlimme ist die gibt zwar auf aber ich glaube die macht das eher aus taktischen Gründen damit Kaiwa den Griff auflöst um dann hier weiter Schaden auszulösen Leck Kick Job rechte Hand nochmal ein schöner Headlock in den Punch die Füße sind aber oben von Kaiwa Alter was hat Betty McCarthy jetzt hier vor zieht hier die Arme lang der Punch hinterher und Betty McCarthy will wieder für Something Special gehen wieder Impaler und beide Ladies sind wieder down und diesmal ist es wie der Kaiwa die aussieht als ob sie down and out ist aber der Konter also es geht hier munter hin und her auf der Zelle Alter nächster Harlem Sidekick und ich hab ein bisschen Angst ehrlich gesagt darum dass die Zelle diese beiden hier langsam nicht mehr halten kann Backbreaker reibt jetzt auch noch das Gesicht darum Elbow Drop und der Referee da unten der schaut sehr besorgt aus muss ich festhalten Alter Knee Strike und die hat auch keine Knieschützer keine Elbowschützer nichts der gleichen rechten Händer jetzt und Kai Nochmal Nochmal der Kick und der Knee Strike Nochmal den Arm auch noch parat genommen also Kai greift hier auf jeden Fall taktisch clever so ziemlich jeden Körperteil an den Betty McCarthy hat ähm warte mal oh my god der nächste Somersault Unprettier es ist absolut geisteskrank ich glaube die beiden werden hier ein bisschen die Unendlichkeit kämpfen mir fehlen jegliche Worte jegliches Verständnis jegliche Nachvollziehbarkeit und wieder und wisst ihr was Leute mit diesem nächsten Tap Out von Betty McCarthy werden wir jetzt hier langsam mal eine Entscheidung treffen denn das kann hier nicht so weiter gehen Kaiba hört einfach nicht auf oh my ähm what the hell hä sie tappt aus oh what the frickin hell die Betty McCarthy hat in der Luft aufgegeben 1 2 oh what what nach all dem nach all dem kick Betty McCarthy noch aus what the hell oh 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 die nächste submission Kai versucht hier jetzt endlich den championship sieg zu holen und es ist geschafft Betty McCarthy gibt auf Kai war ist women's world champion ist what the frickin hell das war das geisteskrankeste match was ich bisher in Ali verse wrestling gesehen habe so nach diesem geisteskranken match gehen wir weiter in der show wir müssen allerdings jetzt leider zwei match simulieren da das ganze echt ja auch ein bisschen lang gedauert hat wir haben ein fatal match von night wrestling und da geht es um die number one contendership für die world championship von night wrestling also der Nummer eins herausforderer ist gesucht und das können Joey Ben Tonga Yamamoto oder Maximus werden also wir müssen jetzt rauszünden wer hier das ganze ding gewinnen kann es ist Maximus holy shit okay also Maximus potenziell nächster world champion von night wrestling dann haben wir unser co-main of the evening Jaden the best und Demi gegen wallout und ace und ich hab schon gehört dass Jaden potenziell hier retirement pläne hat also eventuell seine karriere beenden wird falls dies der fall ist dann werden wir ihn auf jeden fall jetzt heute das letzte mal sehen und schauen ob er als tag team champion retiret nein tut er nicht world out and ace sind neue tag team champions die powers of pain holy shit und und ich glaube euch ist vielleicht allen nicht klar was das bedeutet aber das ist der längste title run den wir in aliverse bisher hatten und der ist jetzt zu dem ende gekommen absoluter wahnsinn an der stelle also night of madness sozusagen hier in der spandauer zitadelle der destroyer der zerstörer soulman macht sich auf den weg zum ring kriegt endlich seine lang erwartete championship chance denn er hat ja vor einigen wochen eine battle royal gewonnen um der number one herausforderer zu werden allerdings gab es der stress mit paul reeves und auch suzuki am ende haben wir jetzt ein triple threat match bei takeover heilige schildkröte und soul ist einer der herausforderer hier haben wir den ehemaligen world champion paul reeves der erste world champion two time world champion und wenn du ihn fragst wird es hier nach dieser nacht ein three time world champion sein aber dann müssen wir natürlich fragen wie werden soul und wie wird vor allem auch der champion mr suzuki darauf reagieren also das wird ganz schwierig würde ich sagen aber die farben von paul reese haben ihm glück gebracht und dass wir dann natürlich auch weiter hier am laufen haben wir haben natürlich wieder klassische alivus rules also triple threat false ground anywhere elimination rules der letzte der hier in pinfall setzt gewinnt dieses match und da kommt der champion mr suzuki am start und er zeigt schon an this is do or die also hier geht es jetzt darum dieses match einfach nur zu gewinnen und der champion zu sein der champion zu bleiben wird auf jeden fall nicht einfach aber ich glaube der man hier hat es in sich seine championship hier bei takeover heilige schildkröte zu verteidigen let's go main event time und jetzt wird es wirklich interessant wer sich hier durchsetzen kann wer unser nächster alivus world champion wird der ehemalige champion paul reeves der übertrieben ausrastende und alles kurz kleinen einzelteile zerlegt wurde denn dieses ganze blut was auf dieser zelle ist das will natürlich keiner mehr an seinen stahlkonstruktionen haben schöner lariat davon mr suzuki der sich natürlich durch seine klasse offensive auszeichnet krasse hände krasse füße krasse diving aktionen aber da kommt soul an und will dem ganzen hier einen riegel vorschieben will sagen stopp hier geht es jetzt so nicht weiter aber der champion mr suzuki ist vorbereitet zumindest bis zu einem gewissen punkt aber der fuß das bein von soul man ist dann an der stelle oben und kann dafür sorgen dass diese ganze offensive hier nicht erst ins rollen kommt denn das ist so ein großer faktor bei suzuki du darfst diese offensive die der man mitbringt natürlich nicht ins rollen kommen lassen denn dann wird das ganze nur noch viel schlimmer du musst diese stop and start action die viele wrestler ja nicht gerne mögen die musst du bei ihm einfach durchsetzen ansonsten ist der wie ein ball of energy sozusagen wie so ein energie ball der dich einfach platt walzt und keine gnade zeigt schöner canadian neckbreaker der jetzt von soul der direkt ins cover geht ist aber nur eine eins und paul reeves der outside of the ring hat sich dann schon direkt den stuhl gesichert und wird wahrscheinlich hier so allein überbraten genau in die phrase an der stelle würde ich mal sagen oh da kommt paul reeves nochmal angeflogen landet ja den elbow aber nur teilweise nicht alles getroffen bei der aktion da oh kommt aber hier zurück schöner play dirt sheldon benjamin sitzt wahrscheinlich irgendwo in der dritten reihe und lächelt ein wenig beim anblick seines finishing maneuvers und paul reeves redet da auch schon mit der camera während suzuki da unten außerhalb des rings erstmal er sich selber ein bisschen abfeiern ist aber den direkt den calf kick kriegt also der ref wie ihr seht ist mit außerhalb des rings gekommen der versucht hier jetzt die pinfall und submission situation im auge zu behalten schöne close line davon paul reeves der jetzt weiter macht schöner kick nochmal ins gesicht hinterher conter und der full nelson lock ist applied aber conter von soulman der weicht aus und wirft ihn erstmal rüber iris wirbt zurück in den ring gibt jetzt hier den backbreaker mit den beinen im anschlag schöner stalling suplex aber zu lange gestallt und dementsprechend kann paul reeves sich daraus winden hat jetzt hier suzuki aufs top rope gedroppt fireman's carry und ah die mülltonne ist da ein bisschen im weg aber der simone drop kommt trotzdem durch ich mein soul lässt sich auf jeden Fall von gegenständen nicht aufhalten das ist eher sein metier oh gitarre gitarre gegen stuhl gitarre gewinnt aber der kick out der ref pennt einfach ein bisschen braucht zu lange vielleicht hätte ich mich ja jetzt auch wieder in sonder duty begeben müssen und sagen müssen okay ich ref das ganze hier oh interessant was sehen wir double cutter also die kurzzeitige tag aktion von mr suzuki und paul reeves wir alle erinnern uns suzuki und paul reeves haben eine historische rivalität im k23 universe gehabt also die suzuki family und die reeves family die sind auf jeden Fall nicht die besten freunde so steht fest und soul hat jetzt hier den champion aber der dropkick gegen den hinterkopf von dem destroyer der jetzt hier den nächsten karfkick kriegt nächstes cover da jetzt aber wieder schlechte leistung vom referee also die sehr gemischten leistungen des refs ziehen sich hier durch die ganze nacht auch schon durch die erste nacht wenn ihr euch erinnert das erste finish war schon direkt sehr kontrovers da gab es dann da gab es dann einen rope break der nicht gesehen worden ist oh da fliegt die mülltonne allerdings nur gegen das top rope wieder der fireman's carry schön weggedroppt und paul reeves versucht hier jetzt seine qualitäten in dieses match zu bringen dieses durchhaltervermögen was er mitbringt die elbows die strikes auf dem boden den kampf hier so ein bisschen dirty machen anders als suzuki der hier einen cleanen schlag abtauschen möchte hat jetzt hier seinen gegner auf den schultern und droppt ihn runter aber kein cover hinterher weiß er schon das wird wahrscheinlich eh nichts werden big boot rennt er direkt rein in die naja wie groß wird es sein 43 44er schuhgröße vom soulman elbow oh wieder der play dirt oder jumping complete shot wie man auch immer möchte der move hat viele namen allerdings keinen so richtigen da fliegt ein stuhl und da fliegt ein mensch und zwar auf soul drauf nächstes cover jetzt hier die ref braucht wieder verdächtig lange und kann auch nur die 1 zählen schöner kick oh weicht aus drunter durch und doch der kick nächstes cover diesmal ist der ref schneller 1 2 kick out vom ehemaligen champion 2 time champion Paul Reeves kick to the back von soul und der airplane spin soll kommen hände an die hüfte und ab ins publikum mit dir champion zumindest noch aber das könnte sich jetzt ändern geht jetzt hier wieder in richtung barrikade und soul und suzuki scheinen sich jetzt hier zeitweise verbündet zu haben scheinen sich nur auf paul reeves konzentrieren zu wollen soul hat jetzt die mülltonne am start kick to the guard und gesicht in die kante der mülltonne oh oh nein 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 oh doch oh black magic ins gesicht soul rennt raus aus dem ring rollt sich raus und der nächste calf kick in die fresse ja das macht soul clever wird da nicht gecovert kann sich aus dem ring zurückziehen seine chancen dieses match zu gewinnen am leben halten während paul reeves sich hier jetzt das stoppschild greift na doch nicht ja hat da ein bisschen zu lang gezögert ein bisschen zu lang gewartet paul reeves konnte wieder seinen composure zurück erlangen und den ellbogen hochreißen soul wieder zurück im ring schöner big boot da kann die mülltonne aus der hand des champions treten geht für den german wird ausgekontert mit einem oh knee strike ouch schöne transition da auf jeden fall rechte hand und no code breaker ich dachte da kommt der jumping complete shot wieder aber paul reeves dachte wahrscheinlich auch dass suzuki das dachte also mr suzuki und hat dementsprechend sein maneuver geendet das ist psychologie im ring auf jeden fall die elbows kann sich wehren gegen soul man aber schwebt in die corner backbreaker also das ist halt das ding das ganze hier wird keine technisch saubere situation sein und bleiben hier wird es immer einfach down and dirty sein hat jetzt hier das schild und gibt dem challenger dem anderen challenger damit ordentlich auf die nuss der ist da jetzt in der corner getrapped kann eine kleine pause machen versucht da zu schlagen wird aber ausgekontert alter und da kommt der stuhl vom champion von hinten ja das ist mal ein guter moment für den cover gegen soul der wird wahrscheinlich nicht mehr so ganz wissen wo er ist aber es reicht um die schulter hoch zu kriegen ddt middle of the ring nächstes cover da von reeves gegen den champion und was wäre das für eine überraschung wenn der champion hier gepinnt werden würde und als erstes raus wäre mr suzuki greift wieder von hinten an geht jetzt wieder für den rear european uppercut feinste europäische klasse vom japaner exploder suplex sollte kommen konnte mr suzuki aber gerade noch abwehren soul ist da jetzt am struggeln und reeves hat jetzt hier die große chance au seinem widersacher aus diesem match zu befördern und das ganze hier zu einem eins gegen eins zu machen nächster schulschlag genau ins gesicht vom soul man und der kickt wieder aus wir dürfen nicht vergessen soul hat hier die doppel duty ach ne hat er nicht oder hatte er die ne er hatte sie nicht er hat seinen championship verloren so rum ich erzähle hier schon wieder schwachsinn schöner spinning here kick gegen den rücken und er besorgt hier fast die drei für mr suzuki der jetzt hier aber wieder aus dem ring geworfen wird also die taktik hier ist klar hier wird dafür gesorgt dass einer der beiden immer aus dem ring befördert wird und der andere dann hier einen one-wee-one-match hat sozusagen soul jetzt wieder mit dem stopp schild aber suzuki kriegt den ellbogen hoch kann das stopp schild abfangen und das ganze hier umkehren soul hat jetzt schon wahnsinnig viel schaden auf die rübe bekommen goodnight mr suzuki der goodnight slam sorgt dafür dass mr suzuki hier seine championship verliert wir werden heute abend einen neuen champion sehen soul oder paul reeves und paul reeves wird jetzt natürlich alles dafür tun um ihren three time champion zu werden schöne gut ranch powerbomb geht jetzt hier fürs cover der ref ist am start two count three nine und reeves kann es nicht glauben aber paul reeves darf sich die die frustration nicht zu sehr in sein gehirn ziehen lassen muss jetzt hier versuchen irgendwie soul klein zu halten denn wir wissen dass soul einfach in der lage ist eine menge menge schaden einzustecken ehemaliger hardcore champion wenn das nicht alles sagt dann weiß ich es auch nicht wir sind zurück im ring schön das bein weggezogen drop toe hold kann jetzt hier versuchen den entscheidenden impuls zu setzen twist of fate und wird das schicksal jetzt sich gegen paul reeves vereinen nein reeves kickt aus dem twist of fate aus aber wie viel energie hat das aus jeder zelle von paul reeves gesaugt kriegt noch den stuhl in den rücken geschmissen nimmt noch mal anlauf über der big splash geht aber daneben jetzt geht reeves inside dropkick stuhl wieder in den händen des ehemaligen champions nächster stuhlschlag auf soul und ich befürchte jetzt werden wir den neuen alten champion haben oh soul steht einfach direkt wieder auf seine füße auf ist schneller als sein gegner der immer noch mit der frustration zu kämpfen hat soul kick to the gut kann jetzt hier entscheidende aktion des anderen abwehren der brainbuster mit dem knie auf den kopf holt sich jetzt seine gitarre und nein der will uns hier kein ständchen spielen also absolut kranke offensive von soul tut hier alles was er kann was in seiner macht steht um hier die alivis world championship zu holen ist jetzt auf der top big splash eins zwei oh wieder nur der two count und paul reeves ja mit purem instinkt rollt er sich aus dem ring wird aber wieder mit dem plancher angesprungen vom soul man im main event bin ich wieder da sehr gut oh zu zweit ja der neue champion steht schon fest soul greift jetzt hier die beine an schöner big splash hinterher geht jetzt fürs cover jetzt könnte es schon das gewesen sein nein also ich glaube um paul reeves hier wegzukriegen brauchst du schon mehr als nur ein big splash was mir gerade auffällt wenn soul das match holt dann heißt es bei wargames bei wargames match war champion gegen war champion ja theoretisch schon wieder mal adrian punk heißt es sind und gingEvet halter der ddt aber paul reeves hat alles was soul gegen ihn geschmissen hat ausgehalten und noch mehr Kick to the gut, McGillie Carter, auf den unnachgiebigen Spandauer zieht er den Untergrund und Sol erfüllt sein Potenzial und ist World Champion. Genieß diesen Moment, Sol. Du hast ihn dir wahrlich erkämpft mit allem, was du hattest. Absolut amazing, das Main Event, aber das Hell in the Cell Match auch absolut crazy. Also ich würde sagen, dafür kann man auf jeden Fall mal einen Like da lassen. Luca ist auch schon wieder am Start, aber auch nur für die letzten paar Minuten. Ich bin geschwitzt, es ist absolut wahnsinnig gewesen. Ich hoffe, was du immer Backstage auch klären musstest, war wichtig genug, denn da hast du auf jeden Fall was verpasst. Gut Leute, danke auf jeden Fall fürs Einschalten. War auf jeden Fall echt ein wilder Ritt. Wir werden wie gesagt weitermachen im Stream. Vielen Dank, dass du auch dabei warst, Luca. War auf jeden Fall sehr geil. Wir werden jetzt gucken, das gute Morning Universe aufzunehmen. Das wird bestimmt auch sehr geil. Ich glaube, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall auf was freuen. Wie gesagt, danke an euch alle fürs Zuschauen und vielleicht kommt ihr auch rüber zum Morning Universe. Ihr könnt ja dem Ganzen einfach mal eine Chance geben, falls ihr darauf Bock habt. Falls nicht, dann hoffe ich euch auf jeden Fall im Stream wiederzusehen. Ansonsten haltet auf jeden Fall die Ohren steif. Wir sind raus aus der Spandauer Zitadelle hier. Hat auf jeden Fall echt Bock gemacht. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Tschüss! 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 S